Hallo und herzlich willkommen bei Sea of Flames, einem seriösen Let's Play. Was? Was? Was ist los ey, Digga? Letzte Folge hat Phipps die Türen entfernt, schöne Scheiße. Okay, lass es mal ohne Türen, ist in Ordnung. Ich überlege noch, was ich hier unten in meiner... Nein! Die Bahnstrecke funktioniert aber noch, ne? Das ist super, das ist geil aber. Warte mal, muss ich gerade mal... Äh... Äh, warte, ich komm nicht, ich saue schnell mit. Okay. Äh, wie komm ich hier wieder raus? Achso. Und dann nach rechts bitte. Ich bin gleich da, ja, 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 ja. Oh, hier ist ja, hier geht es ja tief runter. Nein! Mein Minecraft... Was ist mit hier los? Ihr habt jetzt zwei eigentlich hier. Ah, ja. Wie jetzt, also, was, was, was jetzt... Achso. Hä, was, was machst du? Wieso legen wir hier eigentlich nicht Maschinen hin? Weil wir zu faul sind. Nein! Nein! Ich bin in die Lava gefallen. Äh... Warum? Wieso ist das eigentlich so fucking laut? Gut. Jetzt bin ich... Was hat mir geschafft, bin ich da. Ja. Ja? Nein. Ob du da... Ich muss gerade mal was hier abschrauben. Jetzt bin ich da. Dankeschön. Jetzt kommst du mit. Was ist hier denn los? Jetzt guckst du, ob dein Neta funktioniert. Wenn der jetzt nicht funktioniert, ne? Dann weißt du, was du falsch gemacht hast. Der müsste funktionieren. Und der funktioniert. Oh! Was zur Hölle. Ha! Was zur Hölle! Ha! Verstehst du? Hölle? Neta? Oh! Was ist hier? Was ist hier los? Aber am da ist das... Okay. Ja, du kannst Englisch. Geil. I wonder if the zombie pigman used magic to take the heat from the nether and somehow send it to the normal world. The theory would certainly explain the environments. Ja, das würde erklären, warum er an der ganzen Oberfläche Lava ist. Das... Ja. Wäre mal logisch! Das wäre mal eine logische Herangehensweise, meine Damen und Herren. Oh, ich baue mir die Lappesblöcke hier ab. Einfach. Ja, damit kann man ein Haus dekorieren. Einfach. Einfach. Distanz. Dekorieren. Haus. So. Ähm. Was wollen wir hier? Wieso? 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 Ist an der Oberwelt alles aus Lava, aber im Meter alles aus Schnee? Oh, da oben ist ja was. Weißt du? Emeralds. Ich raff es nicht. Nimm mit. Nimm mit. Warte, ich hab... Ich hab Fortune. Nee, Quatsch. Ja doch. Ich hab Fortune. Ja, ich hab auch Fortune. In einem Rap Battle hab ich Fortune. Fortune auf der Spitzhacke. Ja, ja. Ähm. Können wir weiter? Nein. Bitte! Die nehmen deine Spitzhacke, dann kannst du schon weitergehen. Nein, ich will hier... Ich will es hier abbauen. Die nehmen wir doch einfach deine Spitzhacke. Nein, ich hau gleich einen Pikmin, dann sind wir voll am Arsch. Ganz ehrlich, du hast schon mal... Überleg dir was du machst. Du hast schon mal eine Axt drin. Die könntest du haben. Die kannst du doch gleich wieder haben, die Ding. Die Spitzhacke. Okay. Die Spitzhacke. Jetzt geh... Jetzt behält er beides. Nein, komm. Ich hoffe, das reicht. Nein, ich baue vorhin noch... Warte, ich dachte drauf. Äh, Looting? Fortune? Naja, vier auf jeden Fall. Mit einer Steinschaufel. Ja. Mit einer Steinschaufel. So wie die echten Profis. Profis. Profis? Werf mal einen Pikmin mit dem Schneemann. Äh, Schneeball. Schneemann. Warte. Ich will mich erst hoch. Ich kann gar nicht. Ich kann das gar nicht so abbauen ohne Scharf. Äh, hallo? Ja, sie sind auf dich, Agro, ne? Ich bin so am Arsch. Da oben sind Diamanten über dir. Ist das ein Diamant? Ja. Ich hab gedacht, das wäre Emeralds. Mitnehmen, Alter. Was los? Nimm mit. Was los? Was los? Mach! Digga. Ich flipp gerade noch ein bisschen aus. Okay, jetzt sind sie wieder non-agro. Wie kriege ich denn da raus? Ja, hab ich doch gesagt. Die Spitzhack ist geil. Ich muss mir hier erstmal eine Absicht haben. Glaubst mir ja nichts. Damit die Diamanten nicht runterfallen. Die können doch runterfallen. Ich stehe doch hier unten. Ja, aber ich will sie ja haben, wenn ich sterbe. Alter. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich will ja Babo sein. Ich mach hier ein Bild hin, das aussieht wie ein Anker oder was das auch immer sein soll. Nee, ich schmeiß sie ein paar runter. Wenn du siehst. Pfff. Ich krieg sie natürlich nicht. Ach doch, hier. Was machst du eigentlich genau jetzt da oben so? Ich hab 56 Diamanten. Wie viele EP? 30. Ich will auch. Ich will auch, weil ich brauch noch zwei Level quasi. Ja, Diamantenregen. Boah, geil. 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 Ich... Ich verhunger. Yeah. Ja, geil. Da oben waren übrigens noch mehr, du Feudel. Ich weiß, aber ich hatte kein... Warum... Wenn ich Schnee abbaue, warum krieg ich denn kein Schnee raus? Weil du ohne Schaufel abbaust. Du Schaufeler. Ach, warte mal. Die sind aggro, glaub ich, auf dich. Kann das? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Lass uns gemeinsam in den Tod springen. Hey, da liegt Gold. Mein Gold. Hm? Was soll's? Mein Gehirn. Au, ich zieh die ja mittlerweile ab. Oh. Lol. Okay. Lass uns mal, äh, was kraften. Aus Diamant. Ja, zwei Rüstung. Pfff. Könnten wir machen eigentlich, ne? Filmen wir halt so auf. Was können wir? Äh, was können wir da draus craften? Ich mach, warte. Ich mach den Kopf. Ich mach den Kopf. Nein, nein, nein. Du machst gar nichts. Ich hab genug für zwei Rüstung. Wie viel hast du denn gefarmt? WTF? 56 immer noch. WTF? Ich mach mir trotzdem meinen Helm. Nein, mach ich nicht. Nein, ich hab jetzt schon. Das ist ja gut, Alter. Bleib mal ganz uncool. Aber geben tut es mir... Na doch, macht er. Okay. Bin schon nett. Ey, ich mach mir auch noch ein Diamantschwert, ne? Und verzauber das dann mal. Ne. Meinst du, nimm mal deine Sachen auf? Weil ich möchte... Mach ich ja. Verzaubern. Geil. Ich will auch. Warte mal, hier. Das war Brustpanzer. Ja, Brustpanzer ist gut. Auf was? Auf Level 18 hier. Oho. Oho. Was? Das ist nett. Fire Protection 2. Ja, bringt der aber gar nichts. Nö, nö, bringt mir nichts. Ja, pfff. Wenn du einmal in der Lava stehst, stehst du in der Lava. Das ist nicht ganz richtig. Alter, kommt ne Level 18 Verzauberung. Wurde wo drin sein? Nö. Hier. Protection 2, das ist schon mal was anderes. Protection 2, ja, ja, das lass ich schon mal durchgeben, meine Damen und Herren. Äh, ja. Wo bist du nicht Stefan Raab? Überleg. Noch nicht. Reapay transformiert zu Stefan Raab. Das ist sehr effektiv. Und jetzt lass uns noch mal hin. Einen Moment bitte. Ich mach da unten meine Kiste mit Büchern hin, wenn's recht ist. Ne. Haben wir das gehört? Was? Okay, man hat's nicht gehört. Doch, man hat's gehört. Was war das? Ich hab'n Bonschen zergehauen. Iiiiih. Meine Zähne kaputt gemacht. Iiiiih. 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 Das war grad wirklich. Das war grad wirklich. Iiiiih. Creepy. Wo stell dich in die Kisten? Hier. Stell dich in die Kisten. Da kommen Bücher rein. Bücher! Ich hab'n die Monschwert. Hätt' ich echt auch mal verzaubern können. Oh egal. Wo hast du eigentlich die ganze Level her, du Bitch? Ich kann's halt. Ich kann's halt. Ich kann's halt. Ich bin Fipster. Und ich kann's halt. Warte mal, ich lass mal ein bisschen was rum. Ich bin Fipster. Und ich kann's. Ich fahr' jetzt ohne dich in die Hölle. Ja. Pfff. Tschüss. Yolo. Ich hab' ja noch deine Spitzhacke, also. Nein, ich hätt' mir ne Schaufel machen sollen. Ja, und ich hätt' meine Spitzhacke grad' mal gebraucht, du Feudel. Ah. Beidumme. Beidumme. Feudel. Ach ja. Ich mag Philipp übrigens. Hab' ich schon mal erzählt, so. Ja. Und ich weiß, dass du mir... Bringst du mir Work, Benjamin? Ich geh' nicht in den Etat. Warum nicht? Weil ich Dungeons da noch machen will. Ja, das ist'n dann. Was ist'n los bei dir? Komm' mal klar, Diggaaaa. Ich hab' ein Skelett auf der Fahrbahn. Oh. Ja, mein Lappislazuli. 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 Warum bist du hier? Weil ich mir jetzt ne Schaufel mache. Boah, geh' weg, ey. Geh' mir meine Spitzhacke wieder, Alter. Jetzt fäh' ich wieder weg. Geh' mir meine scheiß Spitzhacke wieder. Was ist los? Nein! Ich will Diamanten fahren. Alter, was ist los? Ich will Diamanten. Diamanten! Genau. Spastie. Können wir mal schlafen? Willst du mich grad' verarscht, Peter? Ja. Ja. Ich mach' grad, ich fuck' hier grad' alles ab. Also. Anfackeln, abfackeln. Na, weißt du schon, was ich meine, ne? Du fackelst das Haus ab, ja? Ich hab' dich schon verstanden. Ja, mit Fackeln. Ja. Damit's hell wird. Nee. Mit Feuer. Nein, mit Fackeln. Mit Feuer. Ich habe gar kein Feuer hier. Du hast Feuer. Ja. Du kannst ja aber Feuer machen. Wir haben noch Eisen und wir haben Flint. Könnte ich, ja. Wäre aber Verschwende. Muss ich mal gucken. Elf Minuten. Okay. Ja. In Not ist sicher noch einmal im Nether zu sterben. Nimm mal zwei Schienen das nächste Mal mit, dann kannst du mal. Endlich mal. Nein. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, 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 warte mal. Alter, ich hab' die ultimative, ultimative Idee. Digga, mein Mindcard-Sound ist auch da mal weg. Ja, kommt vor, ne? Mein Mindcard. Ja, kommt vor, ne? Kommt vor, ne? Läuft. Läuft. Oh, jetzt baut doch das Mindcard ab, Mann. Boah, ich hab' die ultimative Idee, alter. Ultimativ. Jetzt kommt der. Ich bau' eine Schienenstrecke um unser Haus drum herum. Nein. Doch. Nein. Das wird so hässlich aussehen. Nein. Nein, wird's nicht. Doch, wird's. Weil ich's mit, äh, äh, Treppchen... Mit Schienenmast, ne? Ja, ähm, wummel. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Mit Schienen, sag bloß, alter. Ja, mit Schienen, Digga. Digga. Mit Schienen ist neu im Modell, weißt du? Ja, ich platziere sie aber auf Stairs und das sieht gar nicht mal so bescheuert aus. So. Das sieht wirklich gar nicht mal so bescheuert aus. Ich hab' eine Rebelle nur zu 16 Stacken, alter. Das rückt mich da so auf. Das rückt mich auf, alter. Schlimmer als Backups. Eskalation. Nein, das ist schlimmer als Backups. Ja, kann ich so unterstreichen. Wie komm ich denn jetzt da hoch? Hab' ich mir grad nicht überlegt. Digga, was ist denn bei dir falsch? Frag' ich mich immer wieder. Wie du möcht's eigentlich? Kann man hier Schienen legen? Geil! Doch, kann man. Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Hab' ich mir grad so ausgesucht. Weil du es bist? Nein. Für andere? Ja. Ganz ehrlich, wie viel Mühe hat er sich gemacht, den ganzen Nether mit Schnee zu bedecken? Ich hab' keine Ahnung, der Typ ist sowieso jetzt schon krank für mich. Er hat einfach Langeweile. Ja, so wird's sein. Ich glaub' da ist ne Kiste. Ich glaub' da ist ne Kiste, sagt er. Mal gucken. Mal gucken, sagt er. Oh, hier ist Eis. Da ist Eis. Da ist Eis. Irgendwie kann ich hier kein Eis abbauen. Da ist Eis, sagt er. Und das kann er nicht abbauen, sagt er. Kein Silk Touch? Ne, hat die nicht. Nein, Silk Touch ist der letzte Rott. Äh, Rott. Nein. In gewissen Situationen schon. Wenn du weißt, du hast die Macht, einen Wasserblock abzubauen. Ja. Ich habe die Macht. Moment mal, das funktioniert mit Silk Touch auch nicht, aber okay. Doch, natürlich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Was wollen wir wetten? Digga. Nein. Du musst sowieso noch durch die Straße laufen und ein Lied singen. Was? Nein, muss ich nicht. Doch, musst du. Nein, muss ich nicht. Doch, musst du. Nein. Doch. Ich muss gar nichts. Ich hab's auf Band. Ich hab's auf Band, Alter. Was ist los? Ich hab's auf Band. Ich werde es trotzdem nicht tun. Warum nicht? Keine Ahnung. Ist das peinlich? Ach, nee. Du hast es ja auch nicht nur gesagt. Ich hab's nicht nachhatsch. Nein, Digga, das wird nicht passieren. Doch, es wird passieren. Was willst du machen, ha? Ich komm persönlich zu dir hin. Ja, genau. Ja. Genau. Ich sprich dagegen. Das hört sich seriös an. Seriös also? Seriös also? Seriös. Kennst du schon den seriös? Seriös also. Ey, da ist ein Gast. Ey, da ist ein Gast. Fliegender Themenwechsel hier heute. Was ist das? Das sind Treppen, die ich grad platziere. Oh, hier ist das Bahn. Wieso hängt hier eigentlich ein Glowstone? Wer war hier so behindert? Und hat hier so abgestuhlt, ey? Ich. Boah. Oh, was ist da denn? Was ist da denn los? Digga. Geht's nach unten? Oh. Da geht's nach unten. Ja, nach unten. Gleich mal abchecken. Was ist das? Gold? Nee. Tatsächlich? Goldlücke. Oha. Philipp plus Gold gleich tot. Ah. Was? Digga. Was ist bei dir los mit dem Legge? Nice. Es interessiert dich nicht. Es interessiert dich einfach. Nein. Doch. Ich möchte aber nicht, dass es dich interessiert. Ja, das ist dein Problem. Irgendwenn ich's dir nicht sage, ist es doch mein Ding, oder? Also. Dann sag ich so Digga, und dann ziehst du es mir schon irgendwann. Nein, 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 nein. Ja doch, doch. Du stellst das viel zu einfach vor. Einfach vor. Einfach vor. Einfach vor. einfach ist weil einfach zweifach dreifach ist ha jetzt habe ich dich verwirrt wach ja leicht das ist aber eigentlich ganz geil der Sprichwort weil einfach zweifach dreifach ist ich kann nicht mehr laufen mein Hunger ist weg ich kann nicht mehr laufen habe ich verlernt oh er explodiert gleich spring du musst sterben du scheiß Gas oh er ist sogar gestorben er ist sogar gestorben wow jemand stirbt mal wenn ich es sage das tut ja auch an Black Ops ist ja irgendwo noch Diamantos Los Diamantos äh warte mal hier das sind wirklich noch Diamantos Loll Digger was los Diamantenabstauber 3000 .de oder wie oh komm die worden erweitert die worden erweitert international international hochgepushter Hurensohn solltet ich bin das mal wiederholen du hochgepushter Hurensohn solltet Prozent links haben sollt Warten weißt du so so immer wenn ich hochgepushter Hurensohn er ist also langsam und betont du hochgepushter Hurensohn nicht verunter hier ne gefährlichste Arbeitsplätze der Welt ich bin dabei ja das glaube ich dir nicht ich bin dabei oh Gott ich muss hier oben jetzt noch die Bahnstrecke fertig stellen die sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt ohne Witz ist geil geworden mit Brücke alter mit Brücke Digger oder ich machs mit Tunnel mit Tunnel könnte ich natürlich auch machen alter Digger ich machs mit Tunnel was los wie lange haben wir denn Tunnel wie lange haben wir ich gucke warte 90 Minuten alter das geht immer schnell erst hast du 11 Minuten und dann hast du 20 Minuten ja 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 ich hab eineinhalb Stacks Diamanten hochgepushter Hurensohn du lennst es nicht du lennst es nicht wie jetzt ne das wär nicht walla 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 ach scheiße das funktioniert nicht wenn ich mir denken ich glaub das ist auch die letzte Aufgabe für heute was sagst du da die letzte Aufgabe für heute hochgepushter Hurensohn na ich feier das äh ich feier das äh lass mich das feiern alter ok ich mach jetzt hier die letzten Aktionen und dann darfst du einmal Probefahren und dann ist es noch vorbei nee nee danke ich möchte nicht Probefahren du musst muss gar nichts du musst du wirst wie ist das damals in der Grundschule noch ich muss gar nichts und ich muss nur auf Klo oder sowas keine Ahnung ich war hier in der Grundschule alter da hab ich schon äh äh dick äh nutten geprellt und crack vertickt das war so die Zeit damals wir waren mit dir los das erklärt wirklich ein Jens naja wir waren mit dir los was soll ich machen meine Mutter sagt so bah ey geh mal anschaffen äh naja so ungefähr musstest du dich aber präsentieren jaja natürlich ich musste meinen unschuldigen Körper dann da hin halten und ähm das wär aber leicht irritierend gewesen wenn du ein kleines Kind warst ja für die alten Männer hat's dann immer noch gereicht weißt du programm ich hatte ne schwere Kindheit ich und sie nicht א� affle ich weiß dass du das selbe Schicksal hat es nun schlimmer ich fahre wenig das fasfl 그래서 wie was setz dich mal das minecart und fahr mal doch fahr mal nein was sage ich er ist ein hochgepushter Hurensohn ich muss die Bahnstrecke noch ein bisschen verfeinern aber das seht ihr alles in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und äh, ciao ciao, tschüss, äh, ja